Frisant! Scheuert den Magen! Flämischer Hund! Mannheim hat schwer zu leiden unter den schmählichen, hinderlichen Maßnahmen, die der König von Frankreich getroffen hat. Dann gibt es wieder Krieg. Es ist höchste Zeit, dass die Ausbeutung einen hinkriegt. Die verlieren ihren letzten Rest an Würde. Ich schwöre dem Grafen Guido van Dampierre Treue und Ergebenheit. Ich stelle mich mit all meiner Kraft in seinen Dienst. So tief sitzt der Hass gegen die Flamen, dass man die Edelsten dieses Volkes zu Sklaven macht. Ein Hass, der verblendet. Ich hoffe, dass die Franzosen euch finden und euch ausraten, eine nach dem anderen. Nach Dame, Yvonne, kommt Gent an die Reihe. Dann ist es mit uns und mit diesem Land zu Ende. Für Freiheit und Ehre. Das Volk fordert das Mitspracherecht. Weg mit dem französischen König und den fremden Soldaten. Wir machen keine Gefangenen. Schlagt alle tot! Schmbach! Untertitelung des ZDF, 2020